30 begrüßen wir dann hier in Nymphensburg für das Ampere, an Hannoveranen-Helst von Ampere, aus einer Welt Ruhm-Rutter. Züchter ist Jan Simmsglüß, im Besitz des Gestüt Nymphenburg, Helmut Freier von Firx und im Sattel begrüßen wir Tessa Frank. Es ist beginnt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020